Hallo zusammen, hier ist Philipp von BasicTutorials.de und ihr hört mich gerade über das verbaute Mikrofon des SteelSeries Arctis Nova 3 Gaming Headsets. Ja, nachdem wir uns bereits vor wenigen Tagen das günstigere Arctis Nova 1 genauer angeschaut bzw. angehört haben, heute das Mittelklasse-Modell von SteelSeries mit dem Arctis Nova 3, das sich gar nicht so stark von dem günstigeren Geschwisterchen unterscheidet. Ja, der erste Hauptunterschied zwischen den beiden Gaming Headsets liegt in der Verbindung, denn das Arctis Nova 3 wird via USB-C mit PC oder Mac verbunden. Und damit es auch mit sämtlichen Konsolen, Smartphones und CoKG kompatibel ist, liegt ein USB-C auf 3,5 mm Klinke Verlängerungskabel bei. Also die Konnektivität ist dieselbe wie beim günstigeren Modell. Der zweite Unterschied zwischen den beiden Gaming Headsets liegt in der RGB-Beleuchtung des Nova 3, denn während das günstigere Modell keinerlei Beleuchtung bot, gibt es hier eine RGB-Beleuchtung in zwei Zonen, und zwar in einem Ring auf der Außenseite der Ohrmuscheln und in einer roten Farbe am Mikrofon, das die Stummschaltung des Mikrofons anzeigt. Aus technischer Sicht sind beide Gaming Headsets zumindest auf dem Papier erst einmal identisch, allerdings zeigen sich durch den USB-Anschluss doch gewisse Unterschiede. So kannst du das Arctis Nova 3 über die SteelSeries Engine Software im Equalizer anpassen und verschiedene Presets auswählen, doch bereits ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, klingt das teurere Headset ein bisschen runder, bietet sattere Bässe und detailliertere Höhen. Wenn ihr mehr über das neue Gaming Headset wissen wollt, dann lest euch doch einfach unseren Testbericht auf basic-tutorials.de durch, den wir natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt haben.